Bewegte Bilder sind das effektivste Arbeitsmittel in der modernen Unternehmenskommunikation. Je nach Aufgabenstellung kommen dabei unterschiedliche Konzepte zum Einsatz. Hier die 10 wichtigsten Videoformate kurz erklärt. Imagefilme transportieren, wie der Name erahnen lässt, ein gewünschtes, positives Image eines Unternehmens oder einer Marke. Sie lassen sich vielseitig einsetzen, beispielsweise auf der eigenen Website, auf einer Messe oder in der eigenen Lobby. Es gibt keine festgelegte Länge. Zwei bis fünf Minuten sind üblich. Werbespots sollen in wenigen Sekunden die Vorzüge eines Produktes oder einer Dienstleistung überzeugend vermitteln. Von superwitzig bis hochdramatisch ist alles möglich. Mit einer kurzen, pointierten Story wird beim Publikum ein positives Gefühl erzeugt. Werbespots sind mit 30 bis 60 Sekunden eher kurz, dafür aber meist sehr aufwendig produziert. Social Media Videos sind eine Mischung aus Unterhaltung und Information. Wichtig dafür ist weniger technische Perfektion als vielmehr Authentizität. Damit grenzt sich dieses Format stark von Werbespots ab. Eine Besonderheit ist, dass sie oft quadratisch oder hochformatig produziert werden. Sie haben eine Länge von 15 bis maximal 60 Sekunden und werden auch als Snackable Content bezeichnet. Produktvideos sind enorm effektiv in der Leadgenerierung und lassen sich gut im eigenen Webshop oder auf E-Commerce-Plattformen einsetzen. Dafür gibt es keine festgelegten Längen. Je nach Produkt und Gewicht der Verbreitung sind 30 Sekunden bis 5 Minuten üblich. Video Case Studies werden oft im B2B-Marketing eingesetzt. Anhand eines konkreten Beispiels wird die erfolgreiche Integration eines Produktes oder einer Leistung für einen Kunden beschrieben. Oft mit dem Einsatz von Testimonials und Interviews. Dieses Filmformat gleicht einer Reportage und beginnt bei etwa 3 Minuten und kann durchaus bis zu 15 Minuten gehen. Recruiting Videos präsentieren ein Unternehmen als attraktiven und modernen Arbeitgeber. Zwei bis vier Minuten sind dafür eine gute Länge. Es ist sinnvoll bei der Produktion einen kurzen Teaser von etwa 30 Sekunden für den Einsatz auf Social-Media-Kanälen mit einzuplanen. Erklärvideos machen Produkte, Dienstleistungen oder komplexe Zusammenhänge verständlich. Um etwas einfach und interessant zu erklären, verwenden Sie Illustrationsmethoden wie 2D- und 3D-Animationen, Weitbohrzeichnungen oder Legetechniken. Meistens haben Sie eine Länge zwischen 2 und 5 Minuten. Für sehr komplexe Inhalte ist eine Serie mit mehreren kurzen Videos eine bessere Variante. Eventfilme halten besondere Veranstaltungen auf Video fest, wie beispielsweise Messeauftritte, Produktpräsentationen, Konferenzen oder auch Firmenfeiern. Der Nutzen dieser Veranstaltung wird damit erweitert und eröffnet diese einem großen Publikum. Die Länge der Filme reicht von einem kurzen Zusammenschnitt bis zu einer kompletten Präsentation oder Konferenz. Videotutorials beschreiben ausführlich die Funktion oder auch die Installation eines Produktes oder einer Software. Ein Videotutorial ist so etwas wie ein verfilmtes Produktmanual. Anders als in einem Handbuch lassen sich komplexe Abläufe sehr viel nachvollziehbarer darstellen. Außerdem sind Kunden in der Regel eher bereit, sich ein kurzes Video anzusehen, als ein umfangreiches Handbuch zu lesen. Supportvideos zeigen auf verständliche Weise, wie der Anwender selbst ein Produkt reinigen, pflegen oder justieren kann. Sogar Anleitungen für kleinere Reparaturen oder den Austausch von Verschleißteilen kann man per Film sehr anschaulich vermitteln. Die Kunden profitieren von der guten Verständlichkeit und der ständigen Verfügbarkeit der Videos im Internet. Unternehmen sparen damit Kosten in den Service- und Supportabteilungen. Nutzen auch Sie die Vorteile von bewegten Bildern. Egal welche der vorgestellten Formate für Sie in Frage kommen, wir helfen Ihnen gerne, erklären Ihr Produkt, Ihre Dienstleistung, Ihr Angebot so, dass es bei Ihrer Zielgruppe gut ankommt. Untertitelung im Auftrag des ZDF also nymi